Die Welt ist ungerecht. Und das gibt 10 Tage extra. Ferien ohne Fußball ist wie Weihnachten ohne Geschenke. 20 Tage Hausarrest. Wir nehmen den Kampf auf. Los, komm mit. Unsere Gegner sind Eltern. Auf in dein Zimmer, sofort. Omas. So, ich bin die Oma und ihr müsst nett zu mir sein. Ist das klar? Cousine. Ich hab eure Barbie-Puppen zerfleischt. Ein Mopspaß. Und das, das, das ist ein Mädchen. Ich würd gern mittrainieren. Das Training ist aus. Alles kein Problem. Bis jetzt. Das ist eine Falle. Ich bin ihnen in letzter Sekunde entwischt. Der dicke Michi, absolut böse. Dieser Bolzplatz gehört ab heute nur uns. Ich geb dir 10 Tage, Schwabbebauch. Solange kannst du träumen, dass es dein Stadion ist. Aber wir fordern euch heraus. Da gibt's nur eins. Oder hast du vielleicht Angst? Wild werden. Wir müssen sofort trainieren. Oder willst du, dass wir den Teufelstopp in Darth Vader verlieren? Was wollt ihr denn? Es geht um Ere und Stolz. Wenn ich gewinne, gehör ich zu den wilden Kerlen dazu. Mit dieser Kugel hier schießt das ja auf den Mond. Es ist klar, ein wilder Kerl zu sein. Es ist mein, ein wilder Kerl zu sein. Es ist mein, ein wilder Kerl zu sein. Und das ist der Moment, in dem du weglaufen solltest. Die wilden Kerle. Demnächst im Kino. Demnächst im Kino. Demn semxMisch. Demnächst im Kino. Despartei. Der Ere ist beiisten im Kino. Demnächst im Kino.